ich bin total gespannt jetzt aufzumachen passend zu meinem kleid bunt verpackt einmal der amaretto kraften amarena kirsch kraften mit pinker zuckerglausur und so einem gelben pünktchen oben ich korrigiere ich habe gerade auf der homepage nochmal nachgeschaut das ist die mix erdbeeren mit erdbeermarmeladen füllung hier haben wir eine etwas klebrige angelegenheit das ist ein bienenstich kraften mit karamellglausur mandel splittern und in noch mal eine vanille sahne creme also sieht richtig lecker aus und hier sieht man auch schon in etwas von der vanille füllung dann als nächstes die mix schoko mit schoko überzug und noch vollmilch schokospänen und er ist ebenfalls auch noch gefüllt mit schoko creme ich werde die wie gesagt morgen für die feier aufschneiden und euch dann natürlich im beitrag zeigen wie sie von innen aussehen als nächstes haben wir den dmx zwetschgen kraften oben mit einem blauen fondant tupfen und innen blaumen centis mousse kann man schon sehen wie ihr seht und es riecht unglaublich gut die riechen alle super gut ein bisschen durch dass wenn man die abzieht die schöne glasierte und der glasierte ist wie man sehen kann mit aprikosen centis marmelade gefüllt also wirklich super super lecker die kommen übrigens alle auf zwischen 100 und 150 gramm die berliner dann haben wir hier einen blauberg kraften gefüllt mit blaubeermarmelade der sieht auch mega mega schön aus mit viel zuckerklausur und lila streifen und jetzt kommen wir zu den sachen und zwar rabiator zweimal kraften des jahres von der dinkelweckerei dummich gefüllt mit mascarpone vanillecreme und ich bin echt gespannt die morgen aufzuschneiden anzuschneiden weil innen drin soll auch noch rhabarber grüße sein also ich denke zu so einem anblick muss ich nichts mehr sagen als nächstes haben wir hier ein 150 gramm schweren apfel kraften wie ihr sehen könnt ist der natürlich auch noch innen mit apfel füllung als nächstes banana split und der toppt tatsächlich den rabiator mit stolzen 250 gramm wir haben oben schokoglausur reichlich mandeln innen ist eine vanille mascarpone creme dann sind auch noch innen sieht man jetzt nicht aber bananen stücke drin schoko soll wohl auch noch irgendwo eine himbeer soße sein also wirklich ein mega brummer und zu guter letzt haben wir dann zweimal erdbeermascarpone innen natürlich auch wieder mit vanillemascarpone creme die erdbeeren sind auch noch unten pinkem zucker kräusel und noch mal eine halbe erdbeere wie lecker sehen die bitteschön aus